Die Amo Die Amo Die Amo Boncalli-Sahne-Bonbons sind wie Zirkus auf der Zunge. Kaffee fast wie Handgebrüht. Brüht jetzt Molinex mit dem Zwei-Stufen-Aroma-Verstärker. Erstens anbrühen, zweitens hautbrühen. Fast wie Handgebrüht. So einfach geht das. Wie wär's mit einem Tauchurlaub? Tauchen? Bei seiner Figur. Oder Bildung, Griechenland, die alten Tempel? Ach, ist doch alles kaputt. Dann Sonne, Strand, Ibiza. Oh ja, Ibiza. Viel zu aufregen. Mein Mann hat ein schwaches Herz. Ich? Kurumba. Kurumba? Das ist meine Trauminsel im Indischen Ozean. Oh ja, das nehmen wir. Gibt's da auch Bier? Ach was Bier, da trinken wir Coco, Coco. Loris. Coco Loris, das haben wir uns verdient. Sie haben es sich verdient. Urlaub mit der Thui. Tennisfreunde. In New York tut sich was. Das New York Damenmasters 89 wirft seine Schatten voraus. Ab der Nacht vom kommenden Montag zum Dienstag bis zum darauffolgenden Sonntag werden die 16 besten Tennisspielerinnen der Welt ihre Meisterin ermitteln. Bei RTL Plus können sie live und exklusiv dabei sein. Wir übertragen jede Nacht von 1 Uhr an alle einzeln live. Die Zusammenfassung gibt's im Frühstücksfernsehen und jeden Nachmittag von 14.15 Uhr bis 15.45 Uhr. Mit freundlicher Unterstützung von American Airlines und C&A. Das New York Damenmasters 89 live und exklusiv bei RTL Plus. If you got control, I've got the ice. Oh, yeah. Sing it again. We could try, I want you, baby. Find your way to me. Living for music. Fischer bei ihrem Fachhändler. Können es sich moderne, sportliche Frauen erlauben, Schokolade zu essen? Ich bin die Mona Polzin, also ich esse unheimlich gerne Schokolade. Aber leicht muss sie schmecken, wie die Joghurette. Die schmeckt so leicht und frisch nach Joghurt und Erdbeeren. Einfach toll. Ja, die Joghurette, die schmeckt so himmlisch Joghurt leicht. Ich bin die Joghurt! Doch, das ist nicht fair. Du wirkst doch euch auf diesem Leben. Gebt hier unddled Gügge. Gott unterschuldigung. Untertitelung des ZDF, 2020